Ja, hi Leute, da sind wir wieder und ihr habt da schon fleißig eure PSN-Dinger gepostet, aber Leute, wartet noch, wartet noch! Ich möchte jedem die Chance geben, teilzunehmen und wenn ihr die jetzt postet und ich sag gleich so Leute, jetzt postet eure ID und dann sagt das Ding, du kannst nur alle 120 Sekunden oder was posten oder 60 Sekunden und dann regt ihr euch auf, weil ihr nicht posten konntet, weil ihr vorher schon gepostet habt. Also lieber jetzt gerade mal nicht eure ID posten und am besten sowieso irgendwie nix posten, weil sonst könnt ihr gleich nicht, wenn es drauf ankommt und der Manele das gleich hier rausfiltert, kann er euch nicht aussuchen, weil ihr nicht posten könnt und das wäre halt Arsch. Ich stelle hier noch ein bisschen was an meiner Mannschaft jetzt gerade mal um, gerade gegen Jay, das war ja nicht so erfolgreich hier, das mit dem Marquisio irgendwie, weil nicht, das war ja irgendwie nicht so geil. Eine 3er Sturmspitze würde ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen, weil wir da ja DINATALO und BALOTELLI im Sturm haben und das ist eigentlich nicht so mega schnittig. Aber wie wäre es denn hiermit, den Vidal als ZOM ist glaube ich auch gar nicht verkehrt, 77 Schuss und sonst wechseln wir später einfach wieder den KK ein, weil so mega schlecht war der gar nicht. Er hat eigentlich auch viel gerissen, aber halt nicht mehr, nicht mehr, nicht so wie mein Nasri oder wie andere Spieler von mir, die ich sonst so habe und ja, ich würde den Vidal eher der ZDM-Ständer, der hat auch irgendwie 82 DEV oder sowas und dann den KK nach vorne ins ZOM. Ja, aber der hat auch, der Marquisio, also wenn ich Marquisio und Vidal beide drin habe, die haben quasi bei jedem Wert 80, egal welcher Wert und der KK hat halt einfach keine Körperstärke und ist genauso stark und ist sogar noch langsamer. Achso, okay. Also sie sind ja beide ZMs, also richtig übliche ZMs eigentlich sogar. Nicht unbedingt für ZOM ausgelegt, das werden wir einfach mal testen. Wir werden das einfach mal testen in einem Spiel gegen euch. Für mich geht es ja quasi um nichts, außer um meine Ehre. Ich will natürlich gewinnen, ich will mich ja natürlich hier nicht platt machen lassen, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was für Mannschaften mir hier entgegentreten und wir werden mal mit dem Bundesliga-Team anfangen. Mit dem Bundesliga-Team, was wir hier noch haben. Und ich habe mir schon überlegt, mir Götze zu kaufen, jetzt mal wieder so als Verbesserung oder Veränderung hier in dem Team, aber irgendwie haute das nicht so ganz hin. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist der mir dann doch ein bisschen zu teuer geworden. Da habe ich gedacht, spielst du lieber nochmal ein paar Spiele mit dem deutschen Team und suchst dir dann eine Aufstellung und guckst erstmal, ob der überhaupt damit reinpasst, der Götze. Und dann, ja, mal gucken. 4-2-2-2 wäre die Aufstellung hier in dem deutschen Team und auch hier eigentlich... Ah, komm, ey. Nee, ich spiel mit einer anderen Aufstellung. Irgendwas mit einem Sturm, wo ich Diouf vorne rein knall. Und ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist wirklich besser. Das ist nämlich eigentlich ein bisschen scheiße mit dem Tjuf... Ach, mit dem Mandzukic. Ich mag den Mandzukic für Kopfball, ist ja echt Bombe, aber alles andere ist irgendwie... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich komme mit dem nicht klar. Ich komme mit dem nicht richtig klar. Und wir haben echt keinen Ersatz hier jetzt gerade. Wo ist denn denn meine Blaschikowskis und alles? Uh, ich glaube, das sind die Leute, die mir bei dem kleinen Hackerangriff zum Opfer gefallen sind, weil die mir alle Spieler geklaut haben und nur die einen oder anderen Spieler dann, also die Mannschaften nachgebaut haben wieder oder zurückgegeben haben. Ja, gut. Dann können wir jetzt hier die Mannschaft auch nicht umbauen. Dann müssen wir doch nochmal... Ich habe gerade nur noch Stürmer gesucht. Echt? Ja, du hast gerade nur Stürmer aufgewählt. Ah, gut. Danke. Danke mal an den, dass du noch beachtet hast. Sehr gut. Dafür haben wir den noch hier. Ich wollte schon sagen, das sind noch total wenig Spieler. Das kann überhaupt gar nicht sein, ja. Aber ich glaube, der Blaschikowski ist da. Der Kehl, den wir gerade gezogen haben. Als LM haben wir sowieso keinen. Packen wir den Blaschikowski rein. KLM haben wir halt keinen. Also ein bisschen schade. Der Mkhitaryan wäre dann ja hier als ZOM auf jeden Fall gesetzt. Und der Gündogan würde die Rolle von Lars Bender, würde ich jetzt mal einfach sagen, übernehmen. Und der Lars Bender... Ne, das ist nicht der Lars Bender. Wie heißt der? Der eine heißt Lars und der andere heißt... Sven. Sven Bender heißt ja Dortmunder Jung. Wollte doch gerade sagen. Der andere war doch bei Bayer. Ähm... Dann gucken wir mal nach dem Links. Und dann nehmen wir wieder den Großkreuz hier mit rein. Bäm! Der Großkreuz hier geil, die Nougat-Schnitte. Haben wir hier eine linke Dortmunder Hälfte. Und auf der rechten Seite auch ganz gut Dortmund vertreten. Und Dortmund führt ja schon 1-0. Das ist ja schon mega geil. Und sonst steht dann überall noch 0-0 in den anderen Spielen. Aber Dortmund direkt in der dritten Minute mit dem Elfmeter. Das ist natürlich fies. Das ist natürlich fies. Aber finde ich geil, weil dann Dortmund direkt erstmal fett am Start ist. Und warum habe ich sonst das Dortmund-Trikot an, wenn ich hier nicht dafür bin. So. Manele, bist du soweit? Wir können eine Person jetzt suchen. Hm? Wir können jetzt eine Person suchen. Wir können jetzt... Okay. Jetzt können alle die PSN... Wie heißen die? PSN-Name. Alle reinschreiben. Ich suche dann eine zufällige Person auf. So. Ihr habt jetzt eine Minute Zeit, euren PSN zu posten. Ab jetzt. Und Manele scrollt dann gleich einfach irgendwo hin. Und wird dann jemanden auserkoren... Kühen? Kühen aus... Irgendwas, ne? Raussuchen. Und wenn ihr habt, auf jeden Fall Teamspeak. Wäre cool. Dann könnt ihr auch direkt mit uns hier quatschen. Im Livestream. Und ein bisschen darüber erzählen, was euer Lieblingsverein ist. Und warum ihr gerade nicht... So wie der Jay vorm Fernseher hockt und vollsuchtet. Was so in der Bundesliga abgeht. Und... Wäre natürlich cool. Müsst ihr aber nicht. Müsst ihr nicht. Dann ist kein Kriterium, um mitzumachen. Wenn ihr... Wenn ihr keinen Teamspeak gebacken kriegt. Dann könnt ihr einfach nur gegen mich spielen. Hat ja bestimmt auch eine coole Sache. Weil irgendwie werde ich so oft angeschrieben. Sepp, ich will unbedingt gegen dich spielen. Ich will unbedingt gegen dich spielen. Und deshalb machen wir das Ganze hier heute auch. Damit ihr mal endlich die Chance habt, da gegen mich zu spielen. Weil gegen jeden kann ich leider nicht spielen. Sorry Leute. Das ist echt tricky. Sollen wir nicht da. So, ich habe eine Person. Du hast eine Person? Ja, ich habe mir meine Person ausgesucht. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann gehe ich mal auf Freunde und füge ihn hinzu. Muss dafür erstmal ein paar Leute löschen. Glaube ich. Das könnte nämlich tricky werden. Ich glaube, man muss erstmal ein paar Leute wieder rauslöschen. Damit man hier Leute annehmen kann. Also Leute, ihr braucht jetzt gerade nicht mehr posten, welchen Namen das ist. Einen Freund hinzufügen. Kannst du mir den schicken? Ja, das schreibe ich dir in die TS unten. Den Namen, damit ich da jetzt direkt dran komme. Wir müssen auch die Person hier sagen, sonst checkt die das ja gar nicht. Ja, warte. Ich gebe es ja ein. Himbeer mit Doppel-E-Freak, würde ich sagen. Himbeer-Freak. Hat jetzt eine Einladung und ich hoffe, du nimmst sie auch an. Sonst, äh... Leute, ihr dürft mich nicht annehmen, sonst können wir das ganz sicher nicht machen. Ich kann, ich muss leider Leute löschen, die mich anfragen oder ich blocke einfach. Also, da muss ich da in die Einstellung irgendwo rein und blocken, dass ihr mir eine Anfrage schicken könnt. Bitte keine Anfrage schicken, weil sonst können wir hier nicht weitermachen. Ähm... PSN ist leider ein bisschen langsam, was, äh... Was der ganze Scheiß angeht. Meine Brille, meine Brille liegt hier neben mir. Irgendwo, glaube ich. Oder in meinem Bett. Ich weiß es nicht. Ich habe heute Kontaktlinsen drin und eigentlich, äh... Werde ich auch in nächster Zeit öfters mal mit Kontaktlinsen rumrennen, weil eigentlich finde ich das viel cooler. Äh... Viel angenehmer. Ähm... Aber die sind leider noch nicht da, ja. Genau, und der Himbeerfreak, der kann übrigens mal, ähm... Bei Twitch gucken, ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, ob er Teamspeak kommen möchte. Genau. Kann mir dann ja mal da antworten, ob er BTS möchte oder nicht, oder... So, Leute, das heißt, wir müssen jetzt erstmal ausstellen, dass ihr mir Freundschaftsanfragen schicken könnt. Das ist ja schon mal mega Essen. Leute, ihr dürft mir nichts schicken, sonst kann ich die nicht einladen. Sonst kann ich die Leute nicht einladen, die hier mit mir spielen. Das ist doch kacke. Ähm... Wo kann ich das denn... Möchtest du das Spiel verlassen? Nein, ich kann das jetzt ingame nicht umstellen. Willst du mich jetzt verarschen? Kommt schon, kommt schon. Das ist doch kacke, Leute, das ist doch kacke. Ich kann die Leute löschen und alle Leute schicken mir... Äh... Schicken mir weiter Anfragen, das ist doch Mist. Das ist doch Mist, Leute, das kann ich ja nicht machen. Hört mal auf damit. Mau, mau, mau. So. Also ich glaube, das wird heute... Du musst feste Freunde löschen, wie zum Beispiel Jay. Schreiben mir Leute. Ja, ja, genau. Du hast ne volle Freundesliste. Ja, ich weiß. Ich lösche ja gerade die ganze Zeit Leute und dann... Dann lade ich den ein und dann habe ich... In der Zeit habe ich schon wieder 10 neue Anfragen. Das ist halt kacke. Ach so, sind Einladungen auch in der Freundesliste quasi drin? Ja, ja, das ist das Problem. Ach so. Das ist ein bisschen Arsch. Ich dachte, weil hier schreiben ganz viele, dass du... Ne, ne, meine Freundesliste ist nicht voll, nur... Die ganze Kacke ist hier, dass alle Leute jetzt versuchen, mich zu adden. Aber sowieso nicht geht, Leute. Ihr kommt leider nicht bei mir so in die Freundesliste, weil sonst... Die geht halt nur 200 Leute. Man, das ist doch kacke. Man, das geht nicht. Das geht nicht. Und der Himmelfreak möchte kein Team speak oder kann nicht Team speak oder... Okay, ja, kann nicht Team speak. Schade, schade. Wenn es sich geht. Aber machst du nix, machst du nix. Ist ja egal. Muss ich jetzt wirklich aus dem Spiel raus, um die Einstellung zu tätigen? Du musst Freunde, du musst feste Freunde, ganz viele schreiben. Vielleicht ist auch deine Freundesliste einfach voll. Ich hab da nicht viele. Ich hab hier nur, keine Ahnung, ein paar. Zwei, vier. Schon ein paar mehr. Den Hadi, den Hadi löschen mal, oder was? Ich glaub aber nicht. Ich lösche mal einen von meinen festen Freunden. Löschen wir mal hier zwei direkt und dann sehen wir's. So. So, Braunschweig hat gerade das erste Tor gemacht. Nice! Die Schalker kriegen voll auf die Fresse. Hab ich ja gar kein Problem mit. Aber die Schalker haben echt im Moment ein mieses Formtief. Also die haben auf jeden Fall nicht die besten Chancen auf die Tabellenspitze im Moment. Okay, probieren wir's aus. Und ich schick's nochmal. Und die maximale Anzahl der Personen, die hinzugefügt werden können, ist erreicht. Und das ist nämlich nicht meine feste Freundesliste, sondern wirklich hier die angefragte Freundesliste. Und damit müssen wir, glaub ich, hier aus dem Spiel mal gerade kurz rausgehen, um im PSN das umzustellen. Sorry, Leute. Kann ich leider nix dran machen, wenn ihr mir wie bekloppt hier Anfragen schickt. Tut mir das leid, wenn ihr da drauf nicht hört. Dann machen wir eine kurze Pause. Und sind dann sofort wieder da. Und dann machen wir weiter, ja? Leute, haut rein! Und dann machen wir weiter, ja? Vielen Dank. Vielen Dank. Kann ich leider nichts dran machen, Leute. Die Freundin ist jetzt leider begrenzt und macht mal nichts. Und jetzt hat es auch geklappt und ich starte mal wieder FIFA. Und Himmelfry kann sich ja schon mal beweit machen, kann mich ja schon mal einladen. Freundschaftsanfrage annehmen und alles. Und dann legen wir nämlich gleich direkt los. Hast du die Szene gewechselt? Ich habe gerade die Szene gewechselt, damit nicht jeder sieht, wie ich mich in meinen Account da so einwähle. Achso. Ich habe da irgendwie so negative Erfahrungen mitgemacht, mit so Hackern und so Leuten, die dann... Wo ich schon mal gehackt hatte. Ja, so ist das halt, so ist das halt. So, FIFA 14 startet und mal gucken, was hier so weiter abgeht. Ich glaube, ganz viele Leute, dass der Himmelfry zu viele Freunde hat. Ich glaube, ach, ist das wieder ein Gedörpe. Was denn? Ganz viele schreiben jetzt, jetzt hat Himmelfry zu viele Freunde, daran liegt es, wir warten jetzt einfach mal. Nein, ich habe Himmelfry gerade eine Freundesanfrage geschickt. Also es hat geklappt. Es lag wirklich daran, dass mir zu viele Leute eine Anfrage geschickt haben. Und immer wenn ich die gelöscht habe, dann direkt wieder neue direkt reinkamen. Ist halt ein bisschen Arsch. Aber mach's dir nix, ja. Ja, und wo wir gerade bei Schalke waren. Ja, die Schalke haben echt ein fieses Formtief. Die haben ganz viele Probleme mit verletzten Spielern. Der Hünteleiste ist auch noch verletzt. Ich glaube, die haben gar keinen richtigen Stürmer im Moment vorne sitzen. Die haben, glaube ich, den Ersatzstürmer vom Ersatzstürmer. So ein bisschen wie wenn in Dortmund der... Wie heißt der denn nochmal? Wenn, äh, hier, Schieber, Schieber. Schieber, genau. Der Schieber, der haut den. Immer wenn der auf den Platz kommt, dann denke ich, Oh nein, es wird jetzt bis zum Spielende kein Tor mehr fallen. So ähnlich ist das. Und die Schalker haben echt Probleme. Und ich glaube sogar, der Boateng ist ja auch angeschlagen, den sie sich dabei gekauft haben, der richtiges Tier ist. Und der den richtig, äh, gut getan hat am Anfang. Aber jetzt direkt wieder verletzt und nicht fit und alles. Und ja, machst du nix, ne? Machst du nix. Ähm, Himbafreak hat mich eingeladen. Ne, Handballfreak hat mich eingeladen. Ich werde mal den Himbafreak anfragen. Sag du ihm mal, genau. Da ist er doch schon. Im Futspiel gegen einen Freund. Okay, Himbafreak, du solltest irgendwie liefen und versuchen, bei mir reinzukommen, weil das ist, äh, zumindest das, was wir jetzt planen. So, Bremen, Freiburg ist auch noch nix passiert. Großartig. Und, äh, Himbafreak ist da. Und damit haben wir unseren ersten Zuschauer hier im Community-Battle. Und der hat auch jetzt mittlerweile dann eine vernünftige Ping. Und vor allem richtig coole Trikots. Yeah, nice one, Himbafreak. Finde ich cool, die Trikots. Die hatte ich letztes Jahr, hatte ich von denen, von diesem komischen, ich weiß nicht, von welchem Team das ist, aber hatte ich auch Trikots und die waren echt cool. Er spielt mit Diego, Diego als ZOM und dem Müller als, auf der linken Seite, auch mal ganz interessant. Diego habe ich auch in dem Bundesliga-Team noch gar nicht gesehen bisher. Der hat ihn auch noch nicht ausprobiert. Ja, ist er gut? Ich habe den, ich habe den, ich bin zufrieden mit dem. Und, äh, war Schalke die ganze Zeit schon eins hinten? Braunschweig steht ja 1-2 gegen Schalke. Oder ist das gerade aufgekommen? Seit 5 Minuten oder seit... Achso. Ja, mein Ding dann da updated nicht. Da ist gerade das Tor für Braunschweig gefallen. Natürlich schade dann für Schalke gegen Braunschweig dann zu passieren, aber im Moment wird das, glaube ich, echt schwierig für die. So, Himbafreak. Oh, 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 da wurde... Da wurde leider mein... Mein Spieler ein bisschen abgedrängt, mein Blaschikowski. Oh. Und ich bin mal gespannt, was hier jetzt so abgeht. Ich bin echt gespannt, wie die Spiele gegen euch werden. Wie gut ihr seid, was für Mannschaften mich hier erwarten. Hier schon mal ein Bundesliga-Team mit einem... Ein bisschen anderen Spielern drin, mit Diego und Müller, wie gesagt. Weil Müller echt gut ist. Kann ich auch nur bestätigen. Aber leider bisher noch nicht so in mein Team gepasst hat. So, schickt man einfach mal unsere Pace-Wur und Juve gegen den netten Hummels. Oh, nee, bestätig war das bestätigen ja Hummels oder doch, oder? Oh, komm, Juve! Ah, da setzt er sich immerhin durch, aber... Leider nicht so erfolgreich. Mit den Bällen kommt es aber bei mir nicht weit, Junge. Ja, natürlich. Das war zu einfach, das war zu einfach. Das war wirklich zu einfach. Da habe ich gedacht, ich kann mich einfach mal durchmogeln. Ah, Mann! Was da hinten ab, wer steht, ey? Unglaublich! Eine Wand, da kommst du nicht durch. Bisher zumindest. Irgendeinen Weg finde ich schon. Für Himbo-Freak. Oh, war schön gemacht. Oh, aber fasst den aus. Oh, ich dachte gerade, das macht... Braunschweig Schalke 1. Braunschweig Schalke 1 gerade, jawohl! Das war eine schöne Flanke und ein schönes Kopfball-Ding mit Abstauber hinterher. Jawohl, so muss das. So muss das. Also Schalke kann ausgleichen und vielleicht fangen sie sich ja jetzt im Laufe des Spiels. So, Brustkreuz hier. Auf der Seite mit Schmelzer zusammen. Gehen wir nochmal einfach über die Seite und versuchen es mal im Kopfball. Hm, oder auch nicht. Versuchen wir mal mit einem Schuss von Dio. Oh, mein Gott, ey. Das ist ja unglaublich, was es für ein schlechter Schuss war. Da war ja nichts dahinter. Also für Schalke noch alles drin jetzt hier. Ich bin mal gespannt. Also in Zukunft könnten wir auf jeden Fall, da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, denn Jay ist ja im Moment in VAMP, deshalb kann er jetzt gerade hier im Teamspeak nicht sein, weil die ihren Sky-Fernseher in einem anderen Raum haben, nicht wo er seinen PC hat. Aber in Zukunft dann irgendwie mit Jay so gemütlich Fußball gucken, ein bisschen kommentieren, ein bisschen FIFA spielen, ein bisschen Community-Battles. Ich glaube, das kommt ganz gut an, hoffe ich zumindest und habe ich auf jeden Fall Spaß dran. Und wenn euch dann auch Spaß macht, dann einfach später in den Videos, die ja hier jetzt dann irgendwann rauskommen, dazu. Könnt ihr ja bewerten. Und mit... Oh, Mkhitaryan, was war das denn? Torschüsse, aber kein Tor. Und war auch nicht vernünftig ausgespielt, da kann ja nichts rauskommen. Oh, schön, der Schikowski. Und Diego auch fies gefährlich. Körperstark. Großkreuz. So, schicken wir mal Mkhitaryan wieder rüber. Ah, die Flanke kam ja mal richtig scheiße. Oh, schade. Gerne, gerne auf den, äh... Auf den Großkreuz gepasst. Uh. Er willet aber auch, er willet aber auch. Nicht so ein Tor, wie der Reus gemacht hat, aber schon Richtung Tor. Oh. Wir haben gerade ganz viele Leute 1-1 Dortmund-Hannover an den Chat. Nicht im Ernst. Doch, da. Ich sehe auch gerade, dass bei Dortmund irgendwas los ist. Ah, als wenn. Dortmund lässt sich das nicht aus den Fingern nehmen. Hoffe ich zumindest. Mann, mein Mkhitaryan wurde vorweg geschubst. Ohne Witz. Finde ich gar nicht lustig. Aber ich sehe noch keine 1 von... Dortmund, äh, gegen Hannover. Ja, ich vertraue gerade auf dem Chat, aber, äh, vielleicht wollen sie auf einfach nur trollen. Ja, vielleicht wollen sie einfach nur alle trollen. Ist jetzt auch nicht... Dortmund 5.1, genau. Was, 5.1 für Hannover jetzt auf einmal, sagst du? Genau. Oh, was war das denn für ein Schuss? Dammit! Also, auf jeden Fall mein Gegner, mein Himpe-Freak, schon stark. Muss ich, muss ich sagen, es würde hier direkt schon anders stehen. Oh, 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 oh! Lol, Elfmeter. Oh, Weidenfeller, du kleine Nudel! Wieso kannst du nicht einfach den Ball fangen? Was war das denn? Sammelt ja da voll den Spieler um und kriegt auch noch Gelb. Das muss ich mir aber nochmal angucken. Ach, komm, spring doch zu dem Ball! Ach, komm, ey! Ja, war natürlich nicht so optimal, aber war auch schön rausgespielt, war Kacke von mir verteidigt. Und ich hoffe mal, wir können jetzt den Ball hier von Diego halten. Na! Die falsche Ecke, die falsche Ecke und dann ist das Teil nach dem Elfmeter auch drin. Und ich glaube, hier bei Hannover gab es gerade eine gelbe Karte. Im Spiel... Ja, das ist schon natürlich das 1-0 hier. Dann liegen wir schon hinten. Ach, komm, ey! Ja, mit so Bällen ist halt auch verdient, dass ich hinten lege, ey! Das ist ja schon peinlich. Oh, oh! Oh, oh, Mkhitaryan! Komm schon, Mann! Schon wieder ein Abwehrspieler, der mir hier im Weg steht. Der Boateng ist echt scheiße... Scheiße am Aufpassen hier. Lässt auch nichts durchgehen. Ja, wirf zu dem Mandzukic. Finde ich gut. Kannst du ihn machen, Junge? Luis Gustavo. Ah! Jawohl! Ah! Dann legt der mein Luis Gustavo hin und der ist direkt verletzt. Willst du mich veräppeln? Mannzukic! Uh! Mein Pischcheck ist aber am Start und mein Luis Gustavo liegt wahrscheinlich immer noch da. Ja, er liegt noch da und jetzt habe ich hier natürlich einen Spieler zu wenig auf der Seite. Dann merkt man direkt eine Anspielstation weniger. Aber dann fliegt er wieder. Komm schon! Auf, Blaschikowski, die Flanke! Ah, Mann! Vicky Tarjan, schade! Das hätten wir irgendwie besser lösen müssen. Uff, die auf dem Weg nach vorne, aber nicht zum Tor. Stimmt! Und da haben wir Halbzeit. Oh, das wäre aber noch ein fieser Angriff geworden, glaube ich. Da pfeift der Schiedsrichter an mich wahrscheinlich in sicheren Punktestand. Uh! Mein Gott! Zuletzt! Auf beiden Seiten ein Torschuss. Jawohl. Beide spielen hier safe. Mein Weidenfeller hat schon gelb. Das ist ja schon mal kacke. Natürlich schon echt doof. Aber immerhin keine rote Karte. Das hatte ich in einem Spiel ja auch schon, wo der Torwart dann rausgerannt ist. Ich glaube, es war auch der Weidenfeller. rausgerannt ist und voll den Spieler umgemöbelt hat. Aber so richtig hart, dass er sich dabei nicht das Genick gebrochen hat, ist ja alles. Und, äh, da gab es auch direkt Rot für. Und dann hast du, du hast ja kein Torwart mal eben da. Ah doch, dann habe ich, glaube ich, mit dem Galerie dann weiterspielen können, weil ich den zufällig dann auf Ersatzbank hatte. Und dann geht's. Und ja, ihr habt auch den Weidenfeller, bei nämlich in dem, in dem, äh, Bundesliga-Team. Komm, mit Gitarre, da hast du so schön erobert. Und dann... Was bände, was bände, was bände, was bände, was bände. Ach so. Sind da gerade Thiago Silva und Cellini raufgelaufen? Ach ja, jene. Weil es wäre rausgelaufen. Er hat ja zur Halbzeit gewechselt, da hat er Cellini, Cellini, wie man ihn auch im Ausdruck sagt. Cellini! Cellini! Und Thiago Silva eingewechselt. Echt? Habe ich gar nicht drauf geachtet, wen er eingewechselt hat. Ja, die beiden. Also, zwei richtig krasse Innenverteidiger hat er dir reingehauen. Jawohl, so liebe ich das doch. So liebe ich das, damit ich hier noch besser durchkommen saßte. Damit die Mauer noch fester wird. Ja. Stehe ich voll drauf. Schön, Diouf, schön. Hast du richtig schön verkackt. Sehr gut verteidigt da, an der Stelle. Konnte nicht vernünftig schießen. Oh. Na, da können wir noch mal von außen rennen, aber mit possession schießt da kein Tor. B sliding. Nicht in die Mitte klären, Leute. jawohl was ein ball was ein ball und jetzt muss es schnell gehen jetzt muss es schnell gehen auf den wikitariern hier nur ist gustavo nice gündogan nach außen nicht auf den außen wasser noch hingekriegt wundervoller fällt mir einfach über den spieler drüber oder was schön wo ist gustavo trotz verletzung stark im spiel die uff land rennt die uff rennt die uff rennt die uff rennt kann aber nicht gegen die bestehen was ein arsch dort hat er gehört hat er gehört dass ich mich hier mir die die zähne an der abwehr ausbeißen und hat er sich gedacht da kommen drücken wir den selbst noch mal ein richtig rein machen wir noch mal die beiden liebsten tiere ever rein weil die linie ist wirklich liebes ist hier also der bums hier echt alles weg den sollte ich mir für meinen serie a team auch unbedingt doch mal holen also der ist sogar gezogen immer dicht gezogen damals sind auf dem pc cool ist der 30.000 wert und dann kann auf der plastischen ja gar nichts wert sein mit einer flanke aber der kopfball überhaupt gar nicht mann ich kann es einfach nicht warum spiele ich überhaupt mit franken aber daneben aber daneben bei bayern steht immer noch 00 was ist denn da los gegen meins das ist ja mal das hätte ja schon anders steht wenn ich weiß gar nicht spielt der götze hat ja schon angefangen mit training in der nationalmannschaft spielte ja auch schon oder leute hatte ich den ball liegen lassen wie geil ist das denn so muss der fail engine ein bisschen überfordert nein da konnte ich den ball nach vorne nicht bringen weil er sich den falsch hingelegt hat schade und der stand im abseits das kann doch nicht sein mein gott leute mein gott muss noch mal einstellen attackiert hier meinen spieler auch nix ich bin im moment ein bisschen auf wirklich auch formations findung das hat fest sich auch so viele formationen durch und ich muss sagen das hier ist ja mal wieder große scheiße schön ein paar weinföller auch wenn er nicht nicht unbedingt gefährlich war aber besser besser pariert also nachher dreht er sich um die ecke und geht rein das wollen wir nämlich nicht come on pivo wo sind denn meine pivo meine party people hier in meiner mannschaft alle machen sie nur misst hier großkreuz jawohl was ein zuckerpass was ein zuckerpass aber irgendwie bringt mir das hier nix außer wenn das mal nicht so ruckeln würde dann hätte ich vielleicht hier auch noch irgendwie ein bisschen tricksen können und den stehen lassen können aber irgendwie hat das gerade mies geruckelt scheiße jetzt krieg ich hier natürlich den konter aber pischcheck ist am start das ist schön alter was ruckelt denn das jetzt hier so heavy das ist doch scheiße das ist scheiße und vor allem bricht hier gerade glaube ich die verbindung ab oder was großkreuz und das sieht nach einer guten torchance aus tjago silva du bitch ey bühne waren auch dick am verteidigen sehr schön sehr schön geklärt aber leider nicht gut genug und jetzt haben wir den subotip gegen den juf das ist natürlich nicht so optimal und da kann ich nicht nichts machen gegen den mann dsukic mit einem kopfball tor ist ja eiskalt ist ja eiskalt wenn ich das mit den flanken besser hinkriegen würde dann würde ich auch mit dem spielen aber das hat sich bei mir irgendwie noch nicht so durchgesetzt oh mann die scheiße spiel ich den gerade mit dem uh uh da freut er eben der käfer sich da kann er mich nämlich richtig geil hier mal abnudeln in der freak nicht käfer habe ich habe doch viel gesagt oder habe ich käfer gesagt ich habe käfer gesagt ich habe käfer gesagt wie peinlich ist das denn nein hier bei freak meint ich natürlich oh oh da gibt es direkt die packung dafür da das schlecht geklärt hat direkter tor von blaszikowski eiskalt ey da springt der adler nicht mal mehr schön blaszikowski richtig gewitzt da reingegangen hat sich den mal weggesniggelt soll Jungs jetzt haben wir das erste und jetzt müssen wir noch zweite kommen bevor elle das sieht auch gar nicht so schlecht aus das sieht auch gar nicht so schlecht aus wenn er großkreuz fast den nicht voll, ja und das zweite tor von kevin großkreuz mein gott ey zwei fehler zwei fehler gibt zwei tore ja das kennst's paradigines gut Nice. Sehr schön. Da hat der Juft doch noch den hohen Ball über die Abwehr gekriegt. Sehr geil. Freut mich. So, und jetzt mal das dritte Tor am Stück, oder was? Oh, das war schlecht. Das war auch schlecht. Irgendwie kommen da die Bälle nicht richtig an. Dann haben wir einen Unentschieden hier in der 90. Und dann müssen wir noch die Verlängerung spielen. Dann wird er ja wirklich eine richtig lange Folge hier. Aber cool. Habe ich kein Problem mit. Während wir hier so ein bisschen Fußball gucken. Und Freiburg-Bremen ist immer noch mega spannend, wie die schön spielen, wie die schön spielen. Bremen kann ich irgendwie nichts abgewinnen. Keine Ahnung warum. Manele, du? Nö, irgendwie nicht so stark in letzter Zeit, jetzt sagen wir es mal so, ne? Hahaha. Eiskalt. Eiskalt. Was ein geiles Tor. Der Ball ging einfach durch die Abwehr durch zum Diouf. War zwar nicht ganz so von mir geplant, aber richtig premium. Richtig eiskalt vom Diouf. Schön. Schönes Tor. Was? Schöne Spielsituation. Richtig gut. Da hat irgendein Abwehrspieler von ihm den Ball durchgelassen. Das ist natürlich... Ich bin da jetzt los mit Chat. Mainz 1 zu 0. Ne, Mainz, Mainz gegen Bayern hat... Mainz hat gerade das 1 zu 0 geschossen. Jawohl. Mainz mit dem 1 zu 0. Jawohl. Das ist natürlich richtig gut für Dortmund gerade. Für Dortmund sieht es echt gut aus. Die haben ja jetzt... Schalke hat verkackt. Bisher noch. Unentschieden ist natürlich nicht das, was sie anstreben. Bäm! Und Mkhitaryan mit dem zweiten Ding hier. Nach kurzer Zeit das zweite Ding. Jawohl. Nice. Richtig schön abgeschlossen, Mkhitaryan. Und dann haben wir das 4 zu 2. Junge, was ist los? Was ist hier mehr Freak? Jetzt geht aber... Jetzt schwimmt er aber. Jetzt schwimmt er aber. Natürlich schade. Echt gut angefangen. Und kriegt jetzt hier so den ein oder anderen Ball... Oh! Scheiße. Kriegt den ein oder anderen Ball jetzt um die Ohren gehauen. Langsam haben wir uns an den Gegner gewöhnt. Und kommen auch damit klar, was hier so abgeht. Nein! Oh, ich dachte, der hat den verloren. Fuck. Oh. Nein! Und er stand im Abseits. Schade, sonst wäre er mit dem Abpraller da durch gewesen. Das wäre natürlich geil gewesen. Der wäre durch gewesen, sagt der Kommentator. Ja, der wäre durch gewesen. Ja, ich auch. Nein, die ersten zwei Tore waren echt stark. Bisher. Und wer weiß, hier kommt vielleicht noch der Dritte von ihm. Oder sogar der Vierte. Aber nicht mehr in dieser Halbzeit, denke ich. Ich glaube, der pfeift jetzt ab. Der Schiri. Zumindest hier nach der Aktion. Oh, komm! Mann! Piszczek! Check doch mal, dass er hier aber außen will. Ein Wurf noch und dann war es das bestimmt. Komm schon, jetzt pfeift doch eigentlich ab, du dober Schiri. Oh, Heidenfäller, ey. Jetzt mach doch nicht hier noch so einen Quatsch. Mach doch nicht so einen Quatsch, ey. Und da haben die Bayern eine Bude kassiert. Das ist ja schon selten, schon selten, dass die Bayern 1-0 hinten stehen. Besonders noch von Mainz. Das ist das Schönste. Aber ich glaube, das lassen die nicht auf sich sitzen und werden da alles dran geben, den Sieg zu holen. Da wird der Pep gleich in der Halbzeitpause einmal richtig schön Dann gibt es heute kein Gummibärchen in der Halbzeitpause, ne? Ich kann dem irgendwie nicht glauben, dass der böse sein kann, weil irgendwie, keine Ahnung, der sieht so nett aus und der tut immer so nett und dem Klopp, dem glaube ich, dass der richtig fies werden kann in der Kabine, ey. Der ist ja, wenn der schon den Schiri so angreift, wie im Champions League Spiel, ey, alter Vater, da habe ich gedacht, der frisst den gleich auf. Da hat er echt seine hübscheste, seine hübscheste Visage rausgeheben, ey. Was denn? Energischer Typ, also sehr emotional, ne? Ja, der ist auf jeden Fall emotional, und der wird, glaube ich, in der Kabine auch. Der macht immer so den Denker am Rand, so, ja. Das ist auch immer das, wie viel die an der Linie dann auf- und ablaufen und schreien und alles und da ist der Pep, glaube ich, nicht ganz so groß drin. Was nicht heißt, dass der Pep ein schlechter Trainer ist, ne? Also das heißt es ja nicht, jeder Trainer hat, hat er so seine eigene Weise. äh, der Pep ist bestimmt nicht, nicht ein schlechter Trainer. Will ich es sogar nicht sagen, aber guck doch mal an, was ich hier für eine Scheiße mit den Flanken machen. Das kann doch nicht sein. Das war so eine schöne Situation, der kam von unten super reingerannt, aber irgendwie haben wir es nicht hingekriegt, mit der Flanke. Jawohl, schön Santana. Und der Blaschikowski läuft durch, der Blaschikowski läuft durch und, oh, Elfmeter, Elfmeter. Abgeschlossen. Was? Der war am Abschließen und wurde gefoult. Er hat gerade ausgeholt und dann wurde er mies geblockt. Das war auf jeden Fall Elfmeter sonst. Gibt es zumindest, meine ich, sonst immer Elfmeter. Ha, Pischcheck, Lux, ihm einfach den Ball ab. Nice one. Komm, auf Diouf, auf Diouf. Und Diouf, schließt man einfach ab. Na, schade, mit dem Abkader wird es auch nichts. Shit, ey. Oh, Sovotic. Oh, komm schon. Sovotic. Aber das 4 zu 2, ey. Das war ja dann... Hui. Das waren intensive 10 Minuten, 88. 90. 92. 98. Vier Tore von mir. Konnten wir uns doch noch fangen gegen den Gegner. Danke, Himerfreak, für dieses coole Spiel. War lustig. Hatte ich doch wirklich Schiss, am Anfang doch auf die Fresse zu kriegen. Sah nicht so gut für mich aus. 6 zu 7 Schüsse aufs Tor. FC Itzo. Ja, cooles Spiel. Junge, hat Spaß gemacht. Und, äh... Ja, damit war es das für das Erste hier. Ähm... Für die Aufnahme. Für die Aufnahme. Oh, ich hab jemanden. Oh, ich hab ein paar Spieler verkauft. Oh, ich sehe, ich hab ganz viel Geld. Wen hab ich denn hier verkauft? Oh, mal gucken. Nasri haben wir dick verkauft. Den Schürrl haben wir auch dick verkauft. Jawohl, das ist doch geil. Den Cushaini haben wir auch verkauft. Sehr schön. Von meinen gezogenen Spielern auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen verkauft. Sehr gut. Ähm... Und, ja. Wie machen wir es jetzt? Von der Aufnahme her wird morgen, ähm... ein normales Spiel kommen, wo ich einfach nur spiele. Ähm... Und dann quasi übermorgen kommt das nächste Community Battle Game, äh... Was wir jetzt im Anschluss machen. Wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause. Ich trinke nochmal irgendwas. Und dann, äh... geht es gleich hier direkt weiter mit dem nächsten Match gegen den nächsten Zuschauer. mit der nächsten Mannschaft. Und wir werden in dem nächsten Spiel mit dem Team, mit dem Barclay-Team aufschlagen. Und dort die alte Aufstellung nochmal wiederbeleben. Und da hoffe ich doch auf das eine oder andere coole Tor und die einen oder anderen coolen Doppelpässe. Also, Leute. Bis gleich. Wir sehen uns in drei Minuten wieder. Haut rein. Tschüss.